Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, um es gleich vorwegzunehmen, bei der Vero Café Latte von Bosch handelt es sich sicherlich um den am meisten durchdachten Kaffervollautomaten in dieser Preisklasse, welcher sich zusätzlich derzeit auf dem neuesten Stand der Technik befindet. Besonders erwähnenswert sind folgende positiv auffallenden Punkte, die Bedienung ist über die drei Tasten und zwei Drehregler sowie das Display ist sogar für einen Neuling im Bereich Kaffervollautomaten intuitiv und schnell und problemlos erlernbar. Auch der bei vielen Kaffervollautomaten neuralgische Punkt der Reinigung ist bei der Vero Café Latte hervorragend gelöst. Verfügt sie doch sowohl über ein automatisches Reinigungs- als auch automatisches Entkalkungsprogramm, welche wahlweise auch kombiniert werden können. Weiterhin verfügt sie über ein separates Programm zur Reinigung der Milchaufschäume-Einheit, welches etwa 30 Sekunden dauert, also problemlos nach jedem Einsatz der Milchaufschäume-Einheit durchgeführt werden kann und sollte zumal die gesamte Milchaufschäume-Einheit mit Hilfe dieses Programms wirklich sauber bleibt. Da scheint es fast unnütz, dass die Milchaufschäume-Einheit zusätzlich noch ausgebaut werden kann, um sie von Hand oder in der Spülmaschine zu reinigen. Weiterhin, und das ist wirklich ein riesiger Pluspunkt kann die Brüheinheit mit zwei Handgriffen aus- bzw. wieder eingebaut werden, nachdem man sie unter fließend Wasser von Hand gereinigt hat. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Danke. Danke.